Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tech-It, natürlich wieder mit dem Lolli. So, was gehen wir heute an? Hallo Leute. Was gehen wir heute an? Wir machen Kühefortpflanzung. Geil. Will er auch mitmachen? Geil. Warte, ich stelle mich gleich mit rein. Ähm, wir haben einen Enchanting-Cable mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Büchern. Echt? Egal. Ja. Wo denn? Äh, da unten war Weg nach unten. Wow. WTF? Jetzt geht sich schon bis zu Level 15 aus oder Level 13. Ja, Level 13 ist wichtig. Ich guck mal, ich guck mal hier in den anderen Dings. Wie ist das? Ja. Vielleicht finden wir noch so ein geiles Haus. Ja, du müsstest noch so ein großes Haus finden. Dann gibts dort wahrscheinlich auch von der gleichen Größe her. Musst du schauen ungefähr. Dort gibts Bücherregale. Bücherregale. Hier drinnen nicht? Okay, dann vielleicht da oben noch. In dem vielleicht. Wo ich gerade drauf bin. Aber ich such da gerade den Eingang. Hä, wo ist jeder Eingang? Ist der möglicherweise... Loll, Lolli, schau mal. Hier ist der Eingang von dem Haus. Ja, ich weiß. Loll, da ist ne Wiese drinnen, ne? Seine, ein Felderhof. Irgendwie voll komisch. Na egal. Ja, meinstens ist das verpackt. Ja, hat man überhaupt nicht gemerkt. Ähm, wo könnte noch sowas sein? Nicht wirklich wohnen, hätte ich jetzt gesagt. Naja, naja, naja. Bücherregale. Bücherregale. Ich sehe keine mehr. Hey, das Haus hat keinen Eingang. Oder? Doch, hat es. Ach ja, Loll. Nein. Nope. Nope, Sir. Hm, egal. Ist halt nix da. Schade, müssen wir halt den Rest selber machen. Hilft dir nix. Ja. So. So. Was hast du heute vor, Lolli? Wolltest du nicht etwas Spezielles machen? Ja, die Kühe fortpflanzen. Sollten wir den Grundstein für unser Haus legen? Ja, ich weiß. Für unsere spätere Base legen? Den Grundstein? Ja. Den Grundriss. Wollten wir nicht auf den Berg? Ja, stimmt. Hm. Stimmt. Der Berg. Also, ich wäre für den Berg. Ja, ich auch irgendwie, ne? Hm. Also, lass doch erstmal alles in den Ofen machen. Ja, mach mal. Was wir alles gefaumt haben. Stimmt, ich war noch in den Ofen, ne? Jo. ать. Attack it. Attack it. Attack it. So. Lord Farris Ingot. Der Funk. Wuhuuu Wuhuuu Silberohren Ähm Was haben wir da noch drin und zum Schmelzen? Goldohren Zinnohren Genau So LOL WTF Was ist los? Hast du einen Villager gesehen? Der gammelt hier unten rum LOLI GAL Hammernice Oh Ein Gummibaum Rubber 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 Rubberboot Junge Ja dann lassen wir auch anfangen Langsam Uns auf Tech Hit zu Tech Hitisieren Ja Können wir auch eigentlich Detektionsfase Aber wir müssen erst ein Rubber farmen oder sowas Ja das ist das Problem Lass doch erstmal weiter farmen gehen oder? Äh ja Aber was denn? Einfach nochmal runter und schauen Weil Farmen, Farmen, Farmen heißt es ja am Anfang bis wir halbwegs was haben Ja ist wirklich so Es werden halt jetzt mal so 10 bis 15 Parts mit Farmen Ja Hilft dir wirklich nichts Es ist halt Tech Hit Das müssen wir uns halt jetzt mal ein bisschen unter die Arme greifen mit diversen Programmen die das Erschaffen von Items erleichtert Erleichterung Erleichterung If you know what I mean Bitch So Haben wir hier noch irgendwas umgelassen? Nope Oh Ah Ah Barsheimer Gut Gold Gold Gleich wieder gefunden Sehr nice Gold brauchen wir sowieso Wir müssen sowieso schauen auch, dass wir an der Oberfläche dann auch oder quasi an nicht so tieferen Stellen farmen ein wenig Zinn und Kupfer, ne? Ist dann auch wichtig Lolli Lolli Weißt du was ich gefunden habe? Ja, ja Diamanten Ja Wer ist der Pro? Wer ist der Pro? Und du? Nein Lol nur ein Diamant willst du mich verhaschen? Da war jetzt tatsächlich nur einer Loll Loll Unfair Unfair Loll Buh Fuck her Ich habe echt mit mehr gerechnet Loll Was mache ich? Loll Ich weine nicht auf BASD, sondern auf ESDF Nice, oder? Wie mir das passieren konnte So Aber auf jeden Fall Habe ich schon wieder Kohle Habe ich schon wieder Kohle? Auf jeden Fall WAS Kohle Ich auch Aber wenig Dears Nur ein Tier gerade Das nervt ein bisschen Das ist voll scheiße, ne? Ja, wenn man schon ein Tier findet, dann will man meistens mehrere haben, nicht nur ein So Er ist so Ja, eben Ich gehe mal hier weiter, wo ich aufgehört habe, ne? In dem inbekannten Bart Du versteckst dich einen Diamanten Der unbekannte Part Alter, da kommt, ich will das Skelett rausgesprungen und er ist dann nirgendwo Den Part musst du nennen, der unbekannte Part Total Vielleicht bist du den sicher vergessen Wette ich was? Ja, so Oder du nennst ihn gleich direkt so Ja, aber bis ich das rendere, vergiss ich es trotzdem Auch wenn es erst morgen oder übermorgen ist, wenn ich es rendere Ja, also ich... Nein, ich meine, du kannst es denn jetzt schon so benennen Achso Ja Dann, wenn du ihn Renderst, heißt er es ja so Wenn ich die Aufnahme beende, hab ich schon vergessen Und kann gar nicht sein Ach doch Es geht schon Es geht alles, glaubts mir Ich bin nur neugierig, wie man Wolfram draus gewinnen kann, he Alter, es kommt schon wieder ein Creep aus dem Nichts, du willst mich verarschen Nicht hier hochgehen, danke Das war knapp, he Loli, hast du Holz mit runtergenommen? Ja Gut, weil ich brauch das nämlich dann gleich, weil ich hab was vergessen Was denn? Eine Spitzhacke, eine zweite mitzunehmen Ich meine, fast down ist Ja, ich hab die Diamantenspielsacke dabei und ein Eisen Okay Nice Boah, Mann Tisli Bam Wow Oh ja, Bam Und ich hab... ich hab wieder mal Okay, mein Spielsacke ist da Ähm Hier brauchst du eine? Ja Ah Bitte Hä? Jetzt bin ich runter und du hoch Geil Danke Ich hab mal ein paar Fackeln gemacht, die spawnen hier irgendwo Ja, mach das Die ganzen Viecher Ja, stimmt, ja, das sind echt nervig mit der Zeit Und das ist doch nicht so gut Aber das bringt Das ist doch nicht so gut Das ist doch nicht so gut Du hast doch noch meine Rüstung an Hm? Ich glaub du hast noch meine Rüstung an Hm? Ich glaub du hast noch meine Rüstung an Ja, das kann sein Aber ich brauch sie eh Hehehe Das ist doch nicht so gut Das ist doch eine Rüstung an Das ist doch eine Rüstung an Das ist doch eine Rüstung an Ja, total Wie immer nur Lolli Er zieht mir immer alles ab Ja Ich verstehe meist... äh... ich verstehe irgendwann mal nicht wie es weitergehen soll Vielleicht müssen wir entscheiden lassen Vielleicht müssen wir uns auf Getränkewege gehen So Getränkewege? Getränkewege gehen Getränkewege gehen Ja Getränkewege gehen So Watt Ich mach mal hier das Wattair zu Wattair zu Wattka zu Wattka zu Wattka 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 Bestes Getränk ever Ja Nur meistens Ja Das stimmt Nur wenn man gute Laune hat, ich denke Jo 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 Auch wieder wahr So Aaaaaaah Groß Oder ist nicht so Hurra Endlich Wattka wird immer geile Wattka 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 Wattła B Nicht. Gehst du jetzt von dir selber aus? Was? Gehst du jetzt nicht von dir selber aus? Nein, Mann, ich trink doch nicht jeden Tag. Bist du? Ja, bin ich. Bin ich vielleicht einmal im Monat? Ja, ungefähr. Ja, ist kein Fan. Auch bei mir selber. Ungefähr. Außer es steht eine Fan verdammt, dann könnte es zweimal im Monat einander so, dass ich mich irgendwo anders hin beame quasi. Ja, auch wenn du ein Geburtstag bist und welche drei Geburtstage und einen Monat. Fährst du auch ein bisschen öfters? Ein Skelettreiter in unserer Spinnhue, äh, in unserer Spawn. Auch nicht schlechter. Nicht schlechter Specht. Ähm. So. Wo bin ich hier eigentlich? Gefangen. So. Naja. Naja. So. Äh. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, die ganze Hülle hier versorgen. Okay. Oh. Oh. Ich habe schon richtig viel Gunpowder. Lolli, Hilfe. Ich pack fest. Wo bist du? Bin ich tot? Ich weiß es nicht. Nein, du bist rausgekriegt worden. Ja, ich weiß. Ich könnte möglicherweise jetzt sterben, wenn ich mich direkt einlogge. Lolli, Hilfe. Port mich sofort. Oh, lol. Ich bin tot. 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 Port mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Du kannst dich selber zu mir porten. Ich bin tot. Du hast OP, Mann. Ich bin tot, habe ich gesagt. Nee, ich konnte nicht mal mit nem Zombie-Fight. Und es hat gelegt tierisch. Oh, wo bin ich denn gestorben, hä? Du kannst nicht... Ja, super. Ja... Doch, du musst... Du müsstest OP haben. Ja, ich kann aber nicht Slashback machen, so wie du. Ja, Slashback-Graft gibt's auch nicht. Ja, warte, was muss ich eingeben? Schreib noch mal irgendwas in den Chat. Warte mal. Schreib einfach in... Schreib einfach den Namen und kann ich den schnell schreiben. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, du bist da, wo ich gestorben bin. Sehr gut. Sehr gut, Loli. Sehr gut. So. Hab ich alles? Yep. Ähm. Das... Äh, wo ist... Ach, du bist je gestorben. Wusste ich dich. Hast du noch ein zweites Schwert, zufällig? Mein Schwert ist nämlich da umgegangen, bis ich bin ich gestorben. Mein ist auch schon da umgegangen. Das Eisenschwert, ja. Übel. Wie viele Zombies hier sind, ne? Gewesen. Hey, Loli, wie viel Uran hier auch rumgegangen. Hast du überhaupt Eisen dabei? Nein. Warte, ich mach... Ich mach mal ne Werkbank und bau dir ein. Ein Eisenschwert bitte, ja. Boah. Ja, ich geb dir ein Eisenschwert. Okay, danke. Wär geil. Brauch ich unbedingt. So. Fackeln hab ich noch. Essen. Trinken. Was ist eigentlich das? Rubischwert oder Eisen? Äh, das ist beides gleich geil, aber ich glaub... Rubin halt ein bisschen länger. Oh fuck. Okay, dann... Dann war es jetzt Ruby. Achtung. Ich hab mich gerade... Ein bisschen... Achtung, Loli. Ich steh da. Ey! Ich hab schon gedacht. Ey, wer schießt mich ab? Woher kommt das? Da oben, hä? Ey! Ey, die Vorzüge will... Spitz. Uah, im Headshot. Bam. Down ist es viel. So. Ach du Scheiße, ich müssen... Ich muss gleich mal was essen. Ah ja. Ist ein Creeper. Glaub ich. Glaub ich. Fresh Medic, Junge. Wo bist du denn? Ich bin hochgegangen. Alles beleuchtet. Ist hier oben nicht spawnd. Ist alles runtergefüllt. Weißt du was... Weißt was geiles? Hä? Ähm... Du kannst dann gleich wieder übernehmen. Ah ja! Loli, ich bin... Ja. Hi. Ich bin gleich hinter dir. Hi Loli. Dreh dich mal um. Hehe. Okay, dann... Ja, bis zur nächsten Folge. Die ist dann wieder bei Loli. Und bis dorthin... Spielt schon brav weiter.